recht herzlich willkommen zur 48 folge von planet nomads wir müssen das gleiche machen wie immer und zwar brauchen wir kohle gute frage wo das ist keine ahnung vielleicht hier oder ist sogar schon mal was aber da ist anderes kohle kobalt und armenium kohle da ist noch mal eine reisen wieder die batterie leer jetzt brauchen wir noch was zu essen trinken fehlt auch ein bisschen ja batterie wieder leer aluminium brauchen wir nicht, wir brauchen kohle hier gibt es nichts zwei kohle haben wir jetzt gehen wir zurück und müssen wir rein hier ja hier war das kohle dann da rein oder nee da müssen wir das hier runter machen jetzt kommen wir drüber ja das geht zu stapeln so dann die kohle da rein und jetzt läuft es auch wieder gut dann brauchen wir noch zwei elektroteile und da fehlt uns aber schon eine kohle ja dann müssen wir noch gucken, dass wir die kriegen gehen wir hier nochmal hin da ist die kohle passt wieder zurück und öffnen und reinlegen und läuft ne oder auch nicht jetzt haben wir das rausgenommen okay und das zweite und dann haben wir alles oder können wir da noch stapeln das ist alles da können wir ein paar reinlegen 20 20 oder so die müssen wir noch rausnehmen dann haben wir genug oder? ich glaube schon schon gut dann gehen wir rüber zum Essensmaschine hier wir gucken nochmal rein da haben wir keinen Strom drauf deswegen geht das jetzt nicht die Früchte können wir auf jeden Fall reinlegen die Samen auch und das ist für das erste wir müssen auf jeden Fall was zu essen noch haben da müssen wir ja Strom haben dann müssen wir da weg machen wir müssen den Stromanschluss darüber legen aber das geht nicht ab machen oder so wie geht das denn jetzt nochmal ne das war verkehrt wir müssen erst den Strom da weg machen so jetzt klappt es jetzt kann man den hier auch wieder verbinden so jetzt läuft er jetzt können wir hier erstmal welche machen paar mehr sieben Stück herstellen läuft und ja für was brauchen wir noch Kohle weil da sind wir auch schon bei 35 und haben nichts mehr brauchen wir noch einmal Kohle oder so hier mal abbauen Eisen gut gehen jetzt weiter irgendwo wird ja wohl hier Kohle sein tja da ist die Kohle ok die da rüber gepackt und dann erstmal gerade was und dann machen wir einmal frisches Wasser hier auf jeden Fall dann können wir noch was essen also ja geht ja schon abklingt Zeit noch mehr nochmal nochmal das wird ja unten wasser gleich gemacht noch ein Essen 16 16 haben wir jetzt 15 machen wir essen gut fertig jetzt machen wir ein Essen dann trinken können wir das auch besser ja wir brauchen noch was zu essen definitiv ok dann da noch ein paar rüber jetzt können wir noch ein bisschen Essen machen ne ne das war falsch das war Wasser Wasser brauchen wir jetzt nicht so viel das brauchen wir mehr da war ein bisschen zu viel ach da gehen so jetzt produzieren die die da können wir auch den machen so Fleisch geht nicht und da fehlen uns Kräuter dann geht es auch nicht gut da können wir noch ein Essen dann ist das weg erstmal gehen wir erstmal gerade raus die Nacht ist vorbei und jetzt können wir was können wir jetzt machen diesen die Schlafkammer machen ist der da schon ne ne naja naja der ist hier die Kammer die packen wir jetzt auf R1 und fertig bauen wir es aus dem da können wir die hier irgendwo bauen da sieht es auch nicht schlecht aus oder haben wir ihn jetzt geschafft falsche Taste das ist ein bisschen buggy mit den Flackern das ist falsch T muss ich drücken damit wir das hinkriegen und jetzt können wir das da basteln fertig ok ist jetzt nicht optimal platziert ne ist halt so dann können wir einsteigen Leertaste drücken und dann sagt er uns das wäre es was essen müssen bevor wir da schlafen weil sonst könnten wir sterben gut gehen wir nochmal raus und überlegen wie wir das hinkriegen gehen wir nochmal in die Essensmaschine essen das noch auf ja jetzt mal 26 noch einen essen jetzt mal 30 und nehmen wir noch einen oder so und dann lassen wir uns jetzt grad für den warten und jetzt kommen wir nochmal gut 34 haben wir wieder einer weniger 38 so ein bisschen müssen wir noch was damit zum schlafen reicht noch einen 43 mit weinen noch einen haben wir später gegessen und noch einen 46 haben wir jetzt noch 51 jetzt reicht's jetzt gehen wir in die kammer und dann schlafen wir nach unten ne hier regenerieren läuft ok jetzt sind wir jetzt müde geworden aber alles geht so gut erholt sind wir jetzt so sind wir da draußen wir müssen noch was essen ne oder aber lassen wir hier reingehen erst ne erst ins baumenü wir hatten übrigens ein update die 0.8.8 ist die haben da so ein paar klamotten wieder reingemacht irgendwie ich weiß nicht wo es jetzt ist ein großes Cockpit aber das war jetzt gerade das Gewächshaus nicht das Cockpit wo sind sie wo sind sie hier sind sie der der waren schon ich glaube das ne das ist glaube ich auch nicht neu ne ah da sind noch welche die sind neu das glas Cockpit auf jeden Fall und dann war dann noch ein neues Bauteil da kann man irgendwie die Panels sind doch auch neu oder weiß nicht hier solche Pipelines hier Förderbänder die kann man da mit kombinieren weiß ich wo es ist da kann man dann halt die Verbindung besser erstellen zwischen den einzelnen Teilen da ja ja das war's da kann man sich ja ganz normal abmelden ne hm was machen wir als nächstes da brauchen wir immer Kohle ja hm ich glaube die nächste Sache wird die Abbaumaschine ey ja die Bergbaumaschine sein da brauchen wir aber noch ein paar Teile für noch die mittlere Essensmaschine brauchen wir da ist die ne da ist sie da brauchen wir jetzt extra Rahmen Panzerung Elektronik Teile und das sind verschiedene Komponenten da oder wie das auch immer heißt mechanische Teile oder so man das glaubt ne oder ich weiß jetzt nicht die brauchen wir auf jeden Fall so gehen wir rüber springen wir ja so jetzt hier rein wir müssen was zu essen haben so jetzt das Essen können wir auf jeden Fall nehmen ja und jetzt müssen wir das wieder reinpacken ne 20 da rein oder auch 30 da machen wir jetzt 5, 6, 7 und wir brauchen auf jeden Fall Kohle die gucken wir mal nach hier ob wir die hier noch abkriegen das sieht nicht so aus hm die Batterie ist leer wie so oft ja müssen wir mal gucken Aluminium ja ja so jetzt probieren wir mal abzubauen Silizium nochmal Silber Kohle da ist die Kohle eigentlich noch eine Silizium hm Batterie ist wieder leer hmm Batterie ist wieder leer ja ja Batterie ist leer lassen sie rüber gehen hm 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 zurück in die essensmaschine rein da die kohle rein und dann machen wir noch mal wasser gut das läuft kann noch was essen beziehungsweise nehmen es raus und essen kann es auch dann trinken wir das noch wir sind gut zufrieden mit dem trinken noch ein essen wasser nehmen und dann soll es für die folge auch reichen ich bedanke mich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn es nächstes mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss das ist das ist Vielen Dank.